An wichtigen Tagen im Leben eines Kindes, wie zum Beispiel die Erstkommunion oder auch die Firmung, spielt natürlich auch eine festliche Tracht, eine festliche Kleidung eine ganz große Rolle. Und da ist man natürlich auch bestens aufgehoben bei euch in der Trachten-Wichtelstube. Genau, wir haben für die Anlässe natürlich auch was zum Anziehen für die Mädels. Die wollen auch mal so gern Prinzessin sein und für das haben wir weiße Kleidung, total hübsche Dirndl oder Kleider eben. Und für die Burschen gibt es dann auch festliche Anzüge mit weißen Gelees, für die Erstkommunion genau passend. Wie ist denn das bei den Burschen? Werden da Lederhosen auch getragen? Sehr gern, weil gerade unter die Kutten drunter, weil die Kinder es nachher wieder ausziehen und dann können sie auch rumfetzen. Thema Kindermode, man weiß, Kinder bewegen sich gerne und da spielt natürlich die Funktionalität und auch die Bequemlichkeit eine ganz große Rolle. Das heißt wahrscheinlich darf das Dirndl und die Lederhosen nicht zwicken, oder? Bei den Kindern. Auf keinen Fall. Also die Kinder, die möchten auch rumtäufeln und wenn da noch das Dirndl zu eng war, das war gar nicht. Man kann gern ein bisschen ein Größeres nehmen, das kann man ein bisschen enger machen vielleicht sogar, dass es gut passt. Und später kann man es wieder rauslassen und das haben wirklich länger, haben sie auch Freude damit. Ja, dass Tracht auch bei den Teenagern im Trend liegt, das zeigt sich jährlich bei den verschiedensten Zeltfesten. Und welche Dirndl und Lederhosen da ausgetragen werden, ja, das gibt es in Kürze. Und welche Dirndl und Lederhosen da ausgetragen werden, ja, das ist in Kürze.